Musik Mein Name ist Frank Röbers, ich bin Vorstandsvorsitzender der Synaxon AG. Synaxon ist Europas größte IT-Verbundgruppe mit 2700 Partnern. Zu uns gehören die Geschäftsbereiche PC-Spezialist, Microtrend, Akzent und die IT-Team. Und jetzt neuerdings eben auch im E-Commerce tätig mit Snipper. Deswegen bin ich hier. Wie wichtig ist für die Synaxon AG ein Event wie die E-Tel Summit 2008? Sehr wichtig. Es ist eine kleine, aber sehr exklusive Veranstaltung. Man trifft ja sehr viele Leute, die einem weiterhelfen können, das E-Commerce-Geschäft weiter nach vorne zu treiben. Und von daher wird das sicherlich eine der wichtigeren Veranstaltungen für uns in diesem Jahr sein. Gab es schon nette Kontakte? Hat man schon Gespräche geführt? Ja, wir haben zwei, oder ich habe jetzt zwei sehr gute Gespräche geführt. Alleine dafür hat sich die Anreise schon gelohnt. Was will Synaxon AG in Zukunft im Bereich E-Commerce genau tun? Gibt es da schon spezielle Maßnahmen, die getroffen werden? Wir haben seit drei Monaten eine neue Plattform am Start. Die heißt Snipper, S-N-I-P-P-R. Und das ist eine Social-Commerce-Plattform, die ab November auch einen eigenen Shop dahinter haben wird. Und wir sind halt hier, um mal zu schauen, was macht die Branche, was ist Standard, was sind Innovationen, um ein bisschen zu lernen. Und das ist ein bisschen zu lernen.